assalamu alaikum habt ihr euch schon mal gefragt wie man den wert der zakat al-fitr berechnet und und zwar wissen wir ja dass die zakat al-fitr also diese abgabe die man am ende vom mond ramadan macht beziehungsweise kurz bevor man zum salat al-eid geht dass diese ja eigentlich weder in kilogramm noch in einem monetären wert angegeben wurde die sadaqat al-fitr oder zakat al-fitr wurde in in einem ja ich nenne es mal in form eines volumens ausgedrückt denn der prophet sagte oder es wird von abdullahi ibn umr in dem sahih oder den sahihain überliefert dass er sagte fahrad rasulullahi sallallahu sallam zakaat al-fitri oder sadaqat ramadhan ähm alle zakari wal untha wal hurri wal mamlouk saam min tamrin au saam min schaier der profet sallallahu sallam bachtumte die sadaqat al-fitr oder die sadaqat ramadans also diese sakat al-fitr er bestimmte sie definierte sie wie folgt nämlich ein saa das ist ein volumen einheit ein saa ist eine volumen einheit ein saa für ein saa dateln trockene dateln in tamir oder ein saa schaier das ist gerste so ein saa das sind entspricht in etwa 1,77 liter 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 ist auch ein gewichtseinheit und wir wissen 1,77 liter es kommt darauf an was ich da rein mache in diese 1,77 liter und das gewicht variiert dann von 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 nahrungsmittel zu nahrungsmittel 1,7 liter reis wird nicht genauso viel wiegen wie 1,7 liter dateln aufgrund der sogenannten schüttdichte und das dementsprechend wenn wir es ja eine in der regel gesagt man rechnet das um und sagt 1 2 entspricht drei kilo das heißt man muss drei kilo von dem jeweiligen lebensmittel reis gerste dateln rosinen und so weiter man muss davon drei kilo also jetzt mal ganz aufgerundet drei kilo ist das höchste was gesagt wurde gibt auch 2,7 kilo auch seit es in 2,7 kilo sind aber das macht jetzt nichts nicht großartig viel aus nun wie gesagt dass wir sehen also volumen zu gewicht geht nicht immer funktioniert nicht immer das ist abhängig davon was genau denn in dieses in dieses gefäß mit dem bestimmten volumen gefüllt wird und um das genau zu berechnen kann man man kann man muss man versuchen die schüttdichte des jeweiligen produkts herauszufinden und das macht man wie folgt also wenn du die schüttdichte jetzt beispielsweise von datteln und das ist ja natürlich auch von dattel zu dattel unterschiedlich kommt darauf an wie viel feuchtigkeit sie hat und so weiter was für eine art von datteln das kann sich ein bisschen unterscheiden aber wenn du das herausfinden möchtest um dann den genauen wert der sakate und viertel zu berechnen weil zum beispiel willst du das geld ins ausland schicken damit man das dort kauft und an die an die berechtigten eben aushändigt oder oder eben einfach wenn man keine möglichkeit hat als den wert der sakate und viertel auszuzahlen was man hierzu dann benötigt ist irgendein gefäß mit einem mit einem volumen bekannten volumen zum beispiel so ein so ein ding das hat jetzt 700 milliliter und dann braucht man eine waage und dann beginnen wir erst mal damit das lehrgewicht von diesem von diesem gefäß hier zu wiegen wir wiegen erstmal wieviel das wiegt wir machen das jetzt mal kurz hier so also nehmen einfach mal so eine normale küchenwaage und dann wiegen wir das ganze so das wiegt so 122 gramm leer das müssen wir uns merken und dann brauchen wir jetzt haben wir das die 700 milliliter und jetzt füllen wir das ganze nochmal mit datteln bis eben zu dieser bis zu dieser markierung bis zu 700 milliliter markierung so das sind diese datteln die es beim türken gibt tunesische und algerische datteln meistens ich finde die nicht so gut wir füllen das jetzt bis zu 700 milliliter kennzeichnung so jetzt haben wir das ganze gefüllt wir haben das jetzt ich habe das jetzt nicht so dicht zusammen gedrückt um das nicht zu komprimieren und jetzt legen wir das nochmal auf die waage jetzt haben wir 615 615 gramm und um jetzt die um jetzt die masse der datteln zu berechnen nehmen wir einfach mal ein rechner ich glaube ich glaube wir hatten ja 623 jetzt minus 122 das sind 501 gramm man sagen wir einfach 500 gramm bei diesem datteln 500 gramm so jetzt brauchen wir noch die schüttdichte der datteln damit wir dann das ganze endgültig berechnen können und dafür teilen wir die masse der datteln durch das volumen des behälters 500 gramm haben wir genau 500 gramm das heißt wir machen wir teilen jetzt 500 gramm durch die heißt es durch die 700 milliliter da wären wir bei 0,71 0,7 15 so sagen wir 0,71 okay das ist jetzt die schüttdichte das ist jetzt die schüttdichte der datteln und das ist in der regel so der datteln zwischen 0,6 und 0,7 pro kubik zentimeter so und jetzt machen wir folgendes wir haben jetzt den sah des propheten sallallahu sallam wir haben gesagt ein sah entspricht 1,7 litern so und jetzt halt rauszufinden wie viele datteln in 1 in einem behälter dem passvolumen von 1,7 liter rein kommen dann machen wir einfach folgendes wir nehmen wieder den rechner und wir machen jetzt folgendes wir haben 1,7 1,7 liter und machen das ganze jetzt mal 0,7 das war diese schüttdichte die wir herausgefunden haben das entspricht 1,19 kilo bei datteln wie gesagt wieder nochmal dass es bei datteln ist wenn du jetzt reis nimmst wird das ganze ein bisschen anders aussehen und ebenso wenn du gerst nimmst wird das bisschen anders aussehen das heißt dieser zakatul fitr eines menschen wenn man die dattel nimmt beträgt umgerechnet in kilo ca 1,2 kilo und das ist der preis den man zahlen muss für eine person wenn man zum beispiel das ganze überweist ins ausland und mal gucken wie viel so datteln kosten durchschnittliche datteln nicht die schlechtesten nicht die teuersten durchschnittliche datteln wie viel die kosten und dann kann man das überweisen und so kann man das auch mit anderen lebensmitteln machen ich hoffe ihr habt was neues gelernt haidhaa wa allah wa allah wa sallallahu a'lahu wa allah wa sallallahu a'laynabe muhammad was salamu wa alaykum